Das letzte Mal bei Crash Bandicoot Insane Trilogy. Das letzte Mal bin ich ein bisschen verzweifelt an The Lost City und heute will ich das Ganze nochmal versuchen. Mal gucken, wie das heute endet, also, ja. Danke! Goddammit, ey. So, heilige Scheiße. Ich hab's geschafft. Gott. Mein Herz. So, gut. Seht ihr ein bisschen? Man hat ein bisschen Zeit und schon geht das. Und schon kriegt man das hin. In nur 8 Minuten. Echt, das hat ultra lang gedauert, aber so, jetzt funktioniert's. Und ja, an manchen Stellen ist jetzt ein grüner Diamant. So, und, naja. Damit kommen wir an andere Stellen, die neue Kisten haben. Aber das machen wir jetzt noch nicht. Da sammeln wir erstmal die anderen Diamanten, die es noch zusammen gibt. Aber hier fehlt uns auch noch eine Kiste, hat uns, glaube ich, gefehlt. Und ich suche die nochmal. Die finde ich schon irgendwo, also, ja. Ich glaube, hier kann man das auch schon schaffen. Kamera? Warum geht die Kamera nicht mit? Äh, lo? Danke. Was war das denn? Die Kamera hat sich einfach gerade gegönnt. Die dachte sich so, nö. Ich hab jetzt eigentlich gar keinen Bock mitzugehen. Sehr interessant, hab ich auch nie gesehen. Okay, kann mir bitte jemand sagen, dass das ein Scherz ist? Oder kommt hier noch eine Kiste irgendwie zum Schluss? Ja, da kommt noch eine. Okay. Okay, was für eine hab ich jetzt übersehen? Ich hab doch genau das gleiche gesammelt wie vorher, oder? Ich hab keine Ahnung. Irgendwo hab ich wohl eine Kiste übersehen. Okay, also, ich hab euch ja echt gerne gesagt, wo die war, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es selbst nicht. Hä? Okay, keine Ahnung. Tut mir leid. Also, vielleicht mach ich einen Zeitraffer von dem Level, damit ihr dann selbst wisst, welches alle gibt, oder so. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Aber, naja. Ich hab jetzt alle. Also, denk ich. Ich hab keine Ahnung, was ich denke. Gut, wir machen weiter mit dem nächsten Level. Und das ist sehr überlebt. Die Road to Nowhere. Ich glaube, es gibt kein Level, was so sehr verhasst ist wie dieses. Doch, die zweite Version von diesem. Hiervon gibt es nämlich zwei Versionen. Beide sind unglaublich toll. Danger steht hier schon. Das hat einen Grund. Wir sind nämlich auf einer Brücke. Und, ihr habt ja gerade gesehen, ne? Ihr seht ja schon, auf diesen normalen Holzdingern kann man normal stehen. Aber die roten brechen weg. Und, ähm, ja. Ihr seht auch die. Die brechen einfach sofort weg. Also, da kann man gar nicht drauf stehen. Und, naja. Insgesamt kann man sagen... Oh, wir haben 98 Leben, Alter. Ähm, ja. Dieses Level liebt kein Mensch auf dieser Welt. So, es ist echt... Dann kommen noch diese Wildschwander dazu, die man nicht berühren darf. Und diese Eisdinger, die einen quasi mit... Auf denen man einfach nach unten verschoben wird, wenn man zu lange da drauf stehen bleibt. Ja. Also. Ich kann euch hier nur empfehlen, ja. Guckt auf den Schatten. Wer hier nicht auf den Schatten guckt, hat quasi verloren. Lol. Okay. Du drehst um. Und das ist... Echt tatsächlich auch mein einziger Tipp. Ich hab keine Ahnung, wie man hier sonst ganz normal durchkommen soll. Es ist wirklich schwierig. Es ist wirklich schwierig. Und ihr werdet failen. Und es ist echt krass, dass ich gerade nicht feile. Aber... Ja. Ach, hier gibt's... Hier seht ihr so einen Diamanten. So, wenn wir den richtigen Diamanten für dieses Level haben, dann kann man hier hochfahren. Quasi. Und, ähm... Ja. Das ist quasi die Road to Nowhere. Und ich muss sagen, ähm... In diesem Level kann ich sehr gut einen... Von mir aus angesprochenen Kritikpunkt ansprechen. Also, noch nicht angesprochen, aber jetzt angesprochen. Und das ist tatsächlich diese 3D-Sicht. Ich bin der Meinung, dass... Man, finde ich... Upsala. Okay, ich spreche gleich weiter. Okay, to be honest, ich hab keine Ahnung, wo ich gerade gestorben bin. Ich glaube, hier bin ich tatsächlich sogar gestorben. Ähm... Ich bin der Meinung, man kann sehr schlecht irgendwas abschätzen, wenn man nach vorne springt. Ja, so in so einem 3D-Spiel ist das einfach... Ist das so diese dritte Dimension quasi. Die man nicht gut sehen kann. Und, ähm... Deshalb... Finde ich tatsächlich, dass Kritik an diesem Level berechtigt ist. Weil ich... Ich mag das Level jetzt tatsächlich, weil... Ich kann relativ chillig durchkommen sogar. Aber... Oh ne Scheiß. Also, zum Beispiel bei Let's Play Markus hab ich reingeguckt. Der ist da so oft verreckt. Und ich bin da auch sehr oft verreckt am Anfang. So und... Oh Gott. Upsala. Ja, da wurde ich gerade zerdrückt. Also, zum Beispiel Let's Play Markus. Also, ich bin tatsächlich nie Game Over gegangen. Was für ziemlich kross. Was? Äh. So. Gut. Also, wir bleiben hier stehen. Und dann soll das tatsächlich... Genau. Jo, befördert. Also, diese 3D-Sicht. Da sind... Das ist... Da kann man echt relativ schnell sich verschätzen. Das ist falsch abschätzen. Wo man überhaupt lang muss. Oder wie weit jetzt genau ein Sprung ist. Und das ist mir schon ab dem ersten Level aufgefallen. Weil, wenn es so nach vorne geht, kann man wirklich sehr schwierig irgendwas abschätzen. So und jetzt kommt man wirklich... Also, das ist echt so krass. Man muss diese blöden... Viecher nehmen, um hierüber zu springen. Und das ist was. Das ist so arschschwierig. Ah, guck mal, da hinten. Dahinter geht's weiter. Aber da kommt man nicht weiter hinter. Also... Da ist noch ein Diamant. Wow, hier sind zwei Diamanten. Krass. Aber gut. Hat das gesagt. Haben wir jetzt auch ein paar Kisten übersehen. Naja, es ist wirklich schwierig abzuschätzen. Und... Hm. Da finde ich halt an manchen Stellen die Kamera echt ein bisschen unlucky gewählt. Na gut, das war die Road to Nowhere. Wir machen weiter mit dem Boulder Dash. Dem coolen Level. Ich glaube, das ist wieder ganz okay. Ich finde Road to Nowhere ist auch cool jetzt. Aber... Naja. So ist das eben. Wenn man irgendwas dann kann im Endeffekt, das ist schon ganz nice. Also... Es kann echt frustrierend sein. 99 Leben, Leute. Okay. Alles klar. Ja, und jetzt müssen wir wieder vor... Steinen wegrennen. Da, da, da. Bede, boo. Bede, boo, fine. Oh man, Crashs Gesichtsausdruck ist auch voll krass. Weil er halt so kurz... Äh, Scheiße. Und ich kann ihn verstehen. Ich glaube, wenn ich von so einem Ding verfolgt werde, würde ich genauso gucken. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen... Verstörter. Darf ich kurz anmerken? Also. Ähm, ich habe ja im letzten Part die Frage des Parts gestellt. Ja, und die war... Ob ihr... Oder unter welchen Bedingungen ihr euch eine Switch-Revision kaufen würdet. Und... Ich habe... Oh shit, oh shit, oh shit. Ich hoffe, ich kann das noch schaffen. Ich bin gerade sehr... Gestackt. Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Oh Gott. Sieht gut aus. Ja, gut. Wir haben es geschafft. Und... Ich habe zwei Kommentare bekommen. Gott, dass das noch geklappt hat. Und... Naja. Der eine Kommentar war von Manupi. Und der hat... Erstmal geschrieben. Er hat mir geantwortet auf meine Frage. Wie jetzt diese Äpfel richtig heißen. Sie heißen nämlich Wumpa-Früchte. So, das... Das wollte ich kurz anmerken. Das habe ich ja im letzten Part gesagt. Das ist sehr... Ich bin mir hier ein bisschen... Verschätzt. Verschätzt. Ich wusste es einfach nicht. Wumpa-Früchte. Habe ich überhaupt irgendwie gesagt, wie sie eventuell heißen? Konnte ich mich vage daran erinnern? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe mich aber komplett verkackt. Gott, schaffen wir das? Schaffen wir das? Hilfe. Das sieht ultra king up aus. Ja, okay. Wir schaffen es. Huh. Ja, hier brauchen wir auch den lila Edelstein. Und dann kriegt man sogar einen Secret Exit. So. Ja. Kisten. Au, 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 au. Gut. Sunset Vista. Gibt sogar einen Schlüssel. Alles klar. Gut. Also. Hier kann ich doch bestimmt gut erklären. In dem Level. Also der Manu-P hat mir gesagt, dass er die normale Switch gut findet und sich deshalb unter keinen Bedingungen... Oh Gott, das war aber knapp. ...eine Hardware-Revision der Switch kaufen würde. Und ich kann es verstehen, so. Aber, also ich meine... Ich sage es einfach mal so. Unter keinen realen Bedingungen. So, das ist glaube ich irgendwie besser ausgedrückt von mir. Es ist klar, dass er da jetzt nicht dran denkt, aber... Ja, ich kann mir vorstellen, dass unter Bedingungen er sich schon so ein Ding kaufen kann. Aber, wenn es 10 Euro kostet oder so. Aber... Natürlich, kompletter Bullshit. Das würde nicht passieren. Und deshalb bleibt er dabei. Er hat auch gesagt, ähm... Warum? Wenn ich mir nicht gesagt habe, normalerweise haben die nur... Sind das nur Hardware-Verbesserungen? Zum Beispiel auch bei dem New 3DS war das so. Und er hat auch den normalen 3DS noch und findet ihn supi. Deshalb braucht er keine neue... Kein Upgrade der Spielerfahrung. Und, ähm... Das kann ich generell verstehen. Das finde ich schön. Das freut mich natürlich. So... Schon auf jeden Fall den Geldbeutel. Das ist, ähm... So viel kann man sagen. Und deshalb verstehe ich auf jeden Fall seine Meinung. Und das ist... Ja. Natürlich... Das ist natürlich vertretbar. Diese Meinung kann man haben. Im 99 Leben, ey. Das ist unglaublich. Das hätte ich echt nie gedacht, dass das so schnell passiert. Ähm... Aber auf der anderen Seite haben wir da... Ja, noch die andere Meinung. Ja, das ist natürlich... Man kauft sich eine. Und das ist tatsächlich nicht meine Meinung. Ich würde mir auf jeden Fall... Unter gewissen Bedingungen eine kaufen. Ich weiß nicht mal, ob unter gewissen Bedingungen oder... Ich bin so ein fucking Nerd. Vielleicht würde ich mir tatsächlich sogar immer eine kaufen. Egal, was abgeht. Ich meine... Oh, wow. Echt? Das war's hier? Mehr ist hier nicht. Das ist ein bisschen traurig. Aber... Gut. Also... Vielleicht nicht immer, immer. So es gibt... Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wenn da nichts passiert. Wenn das einfach nur eine Switch Mini ist. Dann... Will ich mir sie natürlich nicht kaufen. Und das kann passieren. Ja, vielleicht kommt eine Switch Mini. Wer weiß. Ähm... Oder eine Switch XL. So. Da wäre ich, glaube ich, schon mehr im Überlegen. Ich würde eine kaufen. So eine... So eine Art Switch Pro. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ob da irgendwas passieren würde. So. Das kann natürlich sein. So. Jetzt rennen wir. Gut. Und... Ich komme natürlich auf den Preis an. Ich glaube nicht, dass sie so eine Switch Deluxe machen, die plötzlich 800 Euro kostet oder so. Aber so... Keine Ahnung. Ich hoffe, sie würde so... Also ich denke, sie kostet vielleicht 400. Kann man das denken? Also... Oder vielleicht gibt es einen Price Drop von der normalen Switch und die kostet... Und die Switch Pro quasi, die neue Switch, kostet dann wieder 330. Das könnte auch passieren. Naja. Aber was ich... Ähm... Schnell. Danke. Was ich halt relativ interessant fand, war das, was StreetPass geschrieben hat. Er hat nämlich gesagt, dass er sich generell eine Switch-Revision schwer vorstellt. Und hat dafür auch ein paar Gründe genannt. Und das fände ich auch interessant. Er hat erstmal gesagt, er könnte... Er wüsste zum Beispiel Gründe, was man verbessern könnte. So. Also... Es liegt nicht daran, dass es nichts Verbesserungswürdiges gibt. So ist es nicht. Ähm... Aber auf der einen Seite stellt er sich den Namen schwierig vor. Er hat geschrieben, dass er sich... Dass er zum Beispiel... New Switch oder Switch XL als Name komisch vorstellen würde. Und das finde ich interessant. Passiert da noch was? Oh Gott. Das weiß ich... Das kenne ich noch. Okay. Ich glaube, ich bin richtig weird gesprungen. Also das nächste Mal... Warte. Oh. Weg. Und jetzt springt. Genau. So war das. Hilfe. Das war ein richtig behinderter Sprung. Aber... We did it. Okay. Also das mit dem Namen tatsächlich verstehe ich jetzt nicht so. Ich glaube, die Vermarktung würde... Oh Gott. Das will ich jetzt gar nicht eigentlich. Wohl. Ist da irgendein Unterschied im Gameplay? Ich glaube nicht. Ähm. Also von daher. Stirb. So. Ähm. So ich glaube, der Name ist jetzt nicht das Problem. Ich denke... Also... Keine Ahnung. Halt das, was Nintendo schon vorher gemacht hat. Also ich meine, es gab ja zum Beispiel... Ähm... Ich hab mir da mal ein Video drüber angeguckt. Also... Wenn nichts großartig neu ist, ist es einfach die New Switch oder die... hast du keine Ahnung. Keine Ahnung. Wer ist einfach die New Switch oder wenn es halt eine größere Switch ist. Die Switch XL oder wenn sie Farben darstellen kann. Das ist die Switch Color oder... So. Oh lol. Oh lol. Nicht dein Ernst, oder? Ach du Scheiße, ey. Was muss ich denn jetzt alles neu machen? Ach du Kacke. Okay, so. Jetzt aber. Da sind wir oben. Darf bitte nichts mehr passieren. Das wäre sehr nett. Kacke. Oder? Kommst du her? Komm her, bitte. Ja. Tadaa. Cool. So haben wir das hier hingemacht. So, das ist so. Das war jetzt mal wieder echt... Oh shit. Davon gibt's auch drei. Das ist sowas wie... Halt die anderen beiden Sammelobjekte. Wir haben davon eins. Wie scheiße war ich denn bitte? Muss ja richtig Kacke gewesen sein. Ach du Kacke. Na gut. Auf jeden Fall. Also ich denke auch schon, dass der Name so Switch XL oder Switch Pro... Guck mal jetzt mal. So oft wie Sony von Nintendo abkupfert, können sie es auch mal anders machen. Ich meine die... Playstation Classic, Alter. What the fuck. Autschi. So, aber... Do you know what I mean? Ah. Bitte sag mir, da war ein Checkpoint. Oh Gott. Oh Gott. Bitte. Okay. Da war einer. Okay, hier waren wir. Und hier haben wir jetzt diesen... Cortex-Schädel gesammelt. Okay, und das sieht alles ziemlich weird aus. Okay, warte. Ja, okay. Ich weiß, wann ich gehen muss. Also, ähm... Eine Sache, die er sich halt wirklich schwierig vorstellt und das ist eine Sache, die kann ich verstehen. Gehen die einfach nach vorne und nach hinten? Ja. Okay. Das, was ich mir wirklich vorstellen kann, was wirklich schwierig werden würde. Hilfe, Alter. Okay. So, zweiter Checkpoint. Und ich brauch noch einen Cortex-Schädel. Ist die Sache mit den Joy-Con. Also, ich weiß nicht, ihr wisst ja Bescheid darüber, ne? So, die Joy-Cons sind ja alle ganz toll. Und... Aber die haben halt eine gewisse Größe, so. Und die sind ja quasi perfekt an die Switch angepasst. So, quasi mit der Größe, dass die halt genauso hoch sind wie die Switch selber. Und was ist jetzt schon wieder falsch, Alter? Oh Gott, ey. Okay, so. So, das geht zu. Und so. Und das geht zu. Okay. Wir haben Ultra-Schiss. Ich sterbe. Okay, da hinten ist eine Box. Da müssen wir wahrscheinlich auch hin. Ähm, naja. Und auf jeden Fall, jetzt bei einer größeren Switch ist jetzt halt die Frage. Wie machen die das mit den Joy-Con? Machen sie auch Joy-Con XL? Weil das Problem dann ist halt, dass die beiden Sachen halt echt nicht miteinander kompatibel werden. Und... Keine Ahnung. Das ist halt irgendwie scheiße, wenn halt diese alte neue Hardware dann echt nicht miteinander kompatibel wäre. Und das gleiche... Und so denke ich... Ach du Köcke, was ist hier jetzt los? So denke ich und... Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So denke ich und genau das gleiche hat tatsächlich auch der gute Streetpass gesagt. So, das war ja gar nicht so schwierig. Ey, 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 ein Schlüssel. Cool. Und naja, das wäre halt irgendwie doof. Wenn das irgendwie nicht zusammenpassen würde. Und... Deshalb, da fragt man sich halt, wie Nintendo das anstellen möchte, wenn es eine größere Switch gibt. Außerdem finde ich eigentlich die Switch schon relativ groß. Groß. Also da wäre echt nicht... Da lege nicht mein Problem in der Sache, so. Die Switch generell ist echt groß, so. Der Bildschirm ist groß. Ähm... Und naja, denke ich gar nicht, dass Nintendo eine Switch Mini... Mini würde ich mir schwierig vorstellen durch die Hardware. Ich glaube, die Hardware ist einfach zu gut dafür, dass sie so klein ist. So, und... Wenn sie noch kleiner wäre, dann... Ich weiß gar nicht, ob das da alles reinpassen würde. So ein Tegra X1 Chip. Hm. Deshalb, das sehe ich da als Problem. Und... Naja, deshalb. Ich glaube, eine Switch Mini würde es nicht geben. Und... Noch kleinere Controller? Äh... Nein, danke. Das ist echt... Also die Joy-Con haben schon... 3DS-Größe. So, mit den Tasten. Das ist schon... Das ist schon kritisch, ne? Oh Gott. Wie viel? Also, das reicht mir quasi. Deshalb... Naja. Deshalb würde ich... Au. Ich hasse dieses Level. Das ist bestrafender als sterben, ey. Waren wir hier ungefähr? I guess. Ja. So. Ja, hier waren wir jetzt. Kein Wenn oder Aber. Hier waren wir. Also... Oh Gott. Das geht aber schnell. So. Naja. So wie dazu. Ich könnte mir halt einfach vorstellen... dass wenn Tendo eine neue Switch machen würde... dass sie das dann... Oh Gott. Der springt uns ja in den Schoß hier. Dass sie dann quasi die Größe beibehalten... Aber dafür den Bildschirm einfach größer machen. Quasi, dass sie ein bisschen weniger Bildschirmrand haben. Das kann ich mir halt gut vorstellen. Und halt den Tegra X2-Chip nutzen würden wahrscheinlich, weil... Ich guess macht Sinn. Perfekt. Supi. Das haben wir geschafft. Und deshalb, ja. Ich nehme an, das würde passieren. Cool. Wir haben den Schlüssel. Wir haben alles geschafft. Naja. Ähm. Was, 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 was noch angeschrieben, äh, angesprochen hat, sind die Exklusivspiele dann für die New-Konsole. Und darüber möchte ich im nächsten Part reden, denn ich bin die nächsten Tage nicht da und kann deshalb leider nicht vor... Äh, nicht, nicht Parts aufnehmen und muss das deshalb vorproduzieren und deshalb kann ich euch schlecht Fragen stellen. Das heißt, wir reden einfach noch ein bisschen weiter über dieses Thema im nächsten Part und dann gibt's eine Frage. Ja, also, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann übermorgen wieder, wenn's heißt Crash Bandicoot. Bis dann. Ciao mit Ö.